Ja, ich bin mal wieder am Stüttel-Mittel-Diddel-Geino-Digger. Abonniert auf jeden Fall Elias-Ippisch. Ist ein guter Freund von mir, ist gerade im Urlaub. Ich hoffe, es kommen da Videos von ihm. Das würde mich echt freuen. Und... Yeah, yeah, yeah. Das ist Geil-O-Mod. Eke. Abonniert meinen zweiten Kanal. Eigentlich ist Eli mein zweiten Kanal. Und... Ciao.